So! Hallo! Zurück! Warte mal kurz! Hallo! Hallo! Hey, hier liegt eine Fahrradklingel! Warum liegt hier eine Fahrradklingel? Ich entschuldige mich. Ich habe übrigens Tarnfarben gewählt. Weil ja der Sonnenuntergang färbt ja alles so rosa. Das ist ja... So goldrötlich. Und jetzt habe ich Tarnfarben... ...wäsche. Okay, wer spielt Tank, wer spielt Heiler? Der Werte Jünderin ist gerade abwesend, wenn ich mich... Nee, doch, er ist anwesend. Er hat sich wahrscheinlich gerade gemutet. Ich bin der Heiler. Okay, dann... Das war ein Scherz. Jünderin... Jünderin spielt... Diva. Flo spielt... Äh... Zenyatta. Aha, aha, aha. Möchtest du? Ah, das sehe ich gerne. Obwohl ein Reinhard auch cool gewesen wäre. Natürlich können wir machen, ich stehe eh noch im Spawn. Naja, dann mach das. Oh, ich habe nur 20 Sekunden. Was mache ich denn immer so lange? Ich weiß es auch nicht. Du bist irgendwie so ein bisschen... Verträumt? Verträumt, ja. Oh, danke. Ich war kein... Nein, nein, nicht einen Traum. Verträumt. Jetzt, das war's. Oh, ich dachte schon. Ah, jetzt war's. Du bist rosa. Hi. Ja. Hi. Es gibt nichts besseres als ein rosa Bastion. Ich sehe übrigens nichts. Also ein Bastion, aufpassen. Das ist unsere. Nein, ein anderer. Ah, jetzt weiß ich, wie ich es mache. So. Hinter uns, Affe. Hinter uns. Bastion. Okay, weg. Ich kümme mich schon um den Affen, wenn es möglich ist. Oh nein. Wieso kriegen... Wieso kriegen hier einen Haufen? Aua. Oh Gott, ich... Das kann sein, dass... Unser Support bewegt sich nicht. Nein. Nein, unser Support bewegt sich nicht mehr. Nein, Zenyatta. Nicht Zenyatta. Der Rainer kommt, der kann hinten hoch. Sag mal, was macht der denn die ganze Zeit da oben? Wir stehen die ganze Zeit unten rum und ihr macht nichts. Sie macht da nichts. Nein. So kommt es mir zumindest vor. Ach, seine Bambusleitung wieder. Ah. Blumen macht ja tatsächlich nichts. Unangenehm. Warum ist der andere auch der schwarze Reinert? Ich bin der einzige schwarze Reinert. So, weil er schwarz ist. Ja. Das ist meine... Meine... Minority Group, die ich abdecke. Da muss ich eine eigene suchen. Oh ja. Sehr schön. Achso, wir greifen... Greifen wir an? Verteidigen wir? Ich bin verwirrt. Wir verteidigen doch. Wir verteidigen... Ja. Aber nicht sehr erfolgreich. Ach, deswegen sieht es so aus, als ob wir angreifen. Weil wir haben einen gegnerischen Angriffs-Bashion. Ja, das funktioniert sehr gut. Habe ich in meiner Zeit als Bastion-Main-Main auch gerne gemacht, weil unser Heiler disconnected hat. Achso, stimmt, ja. Bambus-Leitung. Bambus-Leitung schon wieder. Remember the Bambus-Leitung. Gebet mir einen, Momo. Aha. Hi-Pack. Ich muss eins finden. Hier. Besser. Das ist gerade ein einziger Kugelhagel hier auf beiden Seiten. Ah, Mercy down. Äh, was? Ja. Rein hat aufgetan. C-0 defined? Baaah. Ich muss schnell einen Halbpack holen. Bin gleich wieder da. Äh, ein bisschen umsetzen. Ich sehe hier nichts. Hm. Scheint die Sonne auf deinem Bildschirm oder was ist? Nee, ich muss mich äh... Achso, als Bastion. Achso, als Bastion. Bastion umsetzen. Achtung, oben rechts, äh, links, da wo... ... in der Rinn gerade ist, ist der technische Bastion. Doppelkill. Äh, Doppelkill. Doppelkill. Aber nur... ... so elf Prozent von ihnen. Ich mach jetzt einfach das, was man als Eingriffs... äh, Reinhardt auch macht. Auf der Lore... ... vergammeln? Ja. E-Mod-Spraymel. Boah! Ja, den ersten... ... hat er... ... aber... ... hä? Wieso hat denn der nicht getötet? Das kann ich dir nicht beantworten, mein Freund. Äh, ihr haltet das schön, ich bin gleich wieder da und unterstütze euch aktiv. Mach das. Da drüben ist der Bastion. Da drüben heißt wo? Links. Okay. Ich finde auch, da drüben ist eine sehr vage Angabe. Ja... ... oder links. Jede Art von Heilung ist willkommen. Ich laufe gerade mit 30 Leben mit einer Hitbox so groß wie ganz Kyoto rum. Warum Kyoto? Egal. Godzilla. Weil ich Godzilla sagen wollte. Jetzt halt. Was? Ich hab doch Ulti gedrückt. Oh man. Nein, Franz. Nein. Es ist keine Ulti. Ach komm schon. Und Godzilla-Poss ist verschwunden? Ja. Die machen... ... die machen das manchmal. Nein, das hat mir gerade alles getötet und dann kommt der und... ... vernichtet einem den schönen Moment. Ich wollte gerade taunten und ein Spray an die Wand setzen. Ohhhh. Für den... Für den Fall, dass es der Play of the Game wird. Genau. Nein, eigentlich nur um beim Play of the Game die anderen Spieler zu nerven wenn ich das mache. aus reiner Boshaftigkeit. Wäre die auf zu pushen. Nur will ich mal kurz nicht da bin. Stop it. Okay, ich hab mich halt doof angestellt. Los. Wo schaffen wir das denn nicht? Wir schaffen das Sherlock. Keine Angst. Früher oder später. Schaffen wir das. Ich komm dann... Hört der mal auf mich zu scharzen. Scharzen. Oh der Genji. Ich hatte nämlich gerade meine Ulti. Ich hab den Reinhard gekillt. Oh Gott. Aber das war wohl nicht in... Ähm. Nein. Ich beschütze diesen Punkt. Passt du das an? Naja, also ich bin alleine gegen das gesamte Team. Ist das... Das ist schlecht. Aber ich komm halt noch. Okay, ich muss mich irgendwo vernünftig wieder hinstellen, aber ich komm nicht. Wir haben nicht. Enemies reengaged. Na komm schon. I would if I could. Was hat er denn? Ich... ich... Soll fucking nochmal Mercy töten. Oder irgendwer von uns. Wer bist du denn? Reinhard. Ja, genau! Nein, nein. Jeder von uns soll reinhard töten. Äh, Mercy töten. Aber trotzdem. Vor allem halt, der... So, ich spiel jetzt zwei mal. Das ist natürlich eine gute Idee. Das hat er ja schon die ganze Zeit immer noch machen sollen. Ich spiel schon Tank. Tank ist immer nötig, einer. Ja, ich werde die ganze Zeit nur von denen übermannt, übermannt werde ich. Weil von hinten und von vorne werden die Genji und der Reinhardt und... Ich muss mal kurz ins Band zurück. Hör doch. Hör doch. Hör doch. Hör doch. Hör doch. Hör doch. lieber darauf, dass wir dir ein überteuertes Synthetikprodukt verkaufen. Oh, bitte. Ach ja, nichts gegen... Also, wir nennen sich das Chemiemedizin. Ich vergesse es immer. Pharmazie? Pharmazeutika? Äh, was ich damit ausdrücken möchte, ist, dass ich kein Überzeuger der Halbpraktika-Schule bin. Ja, ja. Das kenne ich. Und um das sicherzustellen... Homeopathie! Yay! Äh, hinter uns ist einfach mal so der Menkui durch und hat mich gekillt. Okay. Aber er hat nur dich getötet. Ja. Aus irgendeinem Grund fand er es ausreichend. Weiß ich auch nicht ganz genau, warum. Weil er hätte mich lustigerweise auch so killen können. Da hätte er gar nicht... Und dann die Ulti machen können für uns. Oh, Mist. Das war er schon tot. Hey, vollkommen, umsonst meine. Kommt ihr nicht schnell wieder her? Ich musste nicht. Bumm, 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 bumm. Muss ich nicht. Naja, ich nicht. Geh mal wieder hoch. Äh, wäre schön, wenn... McQueen nicht käme. Äh, ich muss die Mörse kriegen. Ja. Ah! Bestimmt. Wo? Danke. Das sei... Leichtert es mir doch, einiges mich zu bewegen. Dunck. 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 Achtung, ich glaube der Gegner Sebastian baut sich gleich wieder auf. Ich glaube einfach 300 Leben. Ich glaube einfach 300 Leben. Ah! Ist schön. Achtung, mein Schild ist aus, mein Schild ist aus. Lea. Fahrer! Was? Wo? Fahrer hinter uns. Ja, ja, da. Oder... Wie man es im schönen Spiel Box Must Die 2 ja lernt. Fahrer! In der Luft! Neum. Ich werde alle dastehen, aber halt nicht an der Bayload. Ja. Schönes Ding. Nur nicht für die. Das ist schon längst... Oh! 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 Schön! Haha! Komms. Ja, die Stille. Baaah! Die Mercy. Was war das denn? Hast du den nicht erwischt? Ja. Ähm... Ja, wir haben wohl nur eine Option. Ist nur einer von uns da, ne? Wenn er jetzt nicht vier Stimmen kriegt, haben... Achso, drei Stimmen. Wir haben ja einen Mann verloren. Ach, könnte der aufhören, sein eigenes Team zu beleidigen? Das finde ich... Ich finde das immer so lächerlich. Passt dir doch erstmal selbst an die Nase, bevor du irgendwelchen Leuten hier deine... Beleidigungen aufdrückt. Ne, ich... Ich... Ich schreibe ihm jetzt nichts. Ich reporte ihn einfach, was ich wieder vergessen habe. Kann ich das hier auch machen. Aber du kannst doch immer noch reporten. Ah, perfekt. Ich wusste ich nicht. Ja, hier melden. Ja, ja. Dann kannst du auf Belästigung oder Sven drücken. Belästigung. Ja, sowas machen wir. Wir melden auch. Auch live und Cam. Da... Ja, ja. Ich meine... Ihr könnt... Ihr könnt meine Meinung da gerne... Also, müsst ihr nicht teilen. Aber ich finde, man kann sich da vernünftig benehmen. Ja. Ja, vor allem selbst... Selbst wenn man der Meinung ist, der Rest von seinem Team sind absolute Vollidioten, schreibt es ihnen nicht. Dann ist das halt deine Meinung, weil du gerade verlierst. Das ist wie im wirklichen Leben. Selbst wenn du denkst, dass das ein Adler und ein Idiot ist, dann musst du es nicht unbedingt sagen und allen den Tag versauen. Du wirst sauer, er wird sauer, alle werden sauer. Das ist so ein Schmarrn. Und in dem Online-Spiel verbrauchen. Wenn wir einfach vernünftig miteinander reden, da verbraucht man nur... Ich mach wieder Bastion, ne? Achso, ja. Ich mach wieder Reinhard. Hat sich... gelohnt. Okay, jetzt sind wir plötzlich Angriff. Oh ja, das ist sehr schön. Boah, das gibt es nicht. Ja, spiel doch weiter Bastion. Ich will aber auch keinen Angriffs Bastion. Ich mach nur Mercy. Dann mach ich den Angriffs Bastion. Aber wir brauchen auch den Angriffs Reinhard. Okay, dann mach ich den Angriffs Reinhard. Ich mach noch einmal alle drei Flanking Reinhard. Flanking Reinhard. Der Sneaky Reinhard, wie ich immer gerne sage. Ich sag immer gerne Sneaky Reinhard. Also Flanking Reinhard haben wir bei ca. Level 70 bis 100 oder sowas sehr oft gespielt und es war sehr lustig. Der eine spielt einfach Lore, Galleonsfigur, setzt sich auf die Playlord und der andere rennt überall rum, wo man ihn nicht erwartet. Und dann immer wenn einer fast tot ist, dann macht man Wechsel. Was in der Theorie aber eigentlich heißt, einer sitzt auf der Loche und pusht und der andere tötet alles. Genau. Und einem von beiden wird dann immer langweilig und dann wird die Strategie geändert. Patent beantwortet. Ich muss noch schnell mit was ganz tollem angeben, was ich herausgefunden habe mal. Und was denn? Ja, die habe ich es garantiert schon gezeigt. Und wer ist es Ihnen bekannt? Ja. Ja, ja, hier oben! halfway! Oh, ja, Pieuh! Vielen Dank, das ist mein Lieblings-Mercy-Skin, sonst hätte ich ihn ja nicht ausgewählt. Ja stimmt, ich wollte nur dieses Wikinger-Feeling geben. Till Valor! Ist das euer? Aber das ist die Feindliche, das ist vollkommen okay. Ja, der Punkt war, ich bin da reingecharged auch noch. Ja komm schon, die haben wir jetzt. Irgendjemanden. Das ist mir zu weit vorne, als dass ich dich jetzt... Ich komme. Ich heile dich, ich heile dich. Oh, hinter uns ist ein Soulshire. Wie kam der denn nur so weit hinter uns? Weiß ich nicht. Der stand am Spawn rum. Der stand wahrscheinlich irgendwo oben. Ja, der stand irgendwo am Spawn rum und hat sich dann umgeguckt, gesehen keiner da. Und ist dann in meinen Rücken gegangen. Mei! Jaaaaaaah! Das ist so dieser Khan-Moment, ne? Ja, genau. Ich werde euch heilen. Komm. Aber. Wir sind zu weit weg. Ihr seid ja so weit weg. Wir haben halt tatsächlich jetzt einen Aggressiv Bastion. Einen Level 238 Aggressiv Bastion. 33 Aggressiv Bastion. Achtung Franz, da kommt noch irgendwas gerade und greift dich an von rechts oder so. Links, rechts, links. Ja. Ja, ist gut. Anstrengende, die in den Fall sind. Ich werde dich auf den Weg gehen. Ich werde dich auf den Weg gehen. Das lief gerade schön. Anstrengende, die in den Fall sind jetzt. Hey, bitte! Ist ja keiner da. Was soll das? Da oben steht so die... McCree ist ja keine Leuchte. Ha? Du kapierst, weil er bei der Ulti leuchtet und so. Oh, boah. Und du schimpfst uns wegen schlechtem Wissen. Hab ich das? Ich kann mich nicht... Ich kann mich da nicht... Nein, nein. Nicht dran erinnern. Warum Malkincourt der jetzt? Weil er gedacht, dass er im Tod steht. Achso. Was er nicht tat. Ach. Was für eine Wendung. Eine tragische Wendung. Achso, das ist unser Reinhard. Ich dachte gerade, ist jetzt ein Reinhard hinter uns? Nee, ich charge schon immer nach vorne. Geht er nicht jetzt? Wird ihm ja helfen. Wem ihm? Ich bin schon wieder zu weit drinnen. Naja, eigentlich nicht. Es geht. Ich muss schön auf mein Bestchen aufpassen. Vielen Dank. Für die Blumen. Für die Blumen. Für die Blumen. Vielen Dank, Willi Pony. Das ging auch schon wieder. Also die Geschwindigkeit, wie wir immer auf Lieder aufspringen. Einer sagte zwei Wörter und alle fangen an. Hinter uns. Oh Gott. Schon wieder hinter uns. Schon wieder hinter uns. Der Sneaky Soldier. Sneaky Soldier. Er hat schön die Mercy weggepickt und dann... Weil ich hatte meine Heilung auch... Also meine Wiederbelegung da, aber... Ja, Sneaky Soldier halt. Nein, verdammt. Ich bin an Sneaky Soldier vorbeigecharged. Komm doch mal runter. Halt. Nein. Hier. Ja, sehr gut. Oh. Oh. Jetzt hat... Es hat keiner gedauert, dass ich... Nein, es ist nur einer. Es ist nur einer. Das mach ich nicht. Wer ist denn der Frisolin? Das ist der Frisolin. Okay. Au. Oh. Der heißt einfach nur wirklich... Buuuuuh. Mit irgendwie... 10 Os. Im Gegner Team. Oh. Ah, danke schön. Das ist natürlich auch eine Idee, wenn du dich einfach... Einer nennt sich Obi, einer Wahn und einer Kenobi. Und dann spielst du immer nur zusammen. Ob du das dann mal abziehen kannst, dauert es ja Jahre. Oh, ich gehe auf. Hm. Ich pushe die Lore. Ich bin zwar ein bisschen müde dabei, aber das ist ja in Ordnung. Oh komm, jetzt müssen wir uns doch schaffen. Ich hab da ein Trippel oder irgendwas. Genau in mein Gesicht gemacht. Nein. Dann konnte ich dann nirgendwo lang... Ja, genau. Ah. Wir haben es... Unangenehm. Nein, wir haben es doch nicht. Wir pushen auf jeden Fall. Ja, wir haben es. Nein, wir haben es nicht. Ja, wir haben es. Nein, wir haben es nicht. Nein. Noch 2 Meter. 1,96 Meter. Um den Tourismuskatalog ausdrücken zu formulieren. Ja, noch ein bisschen mehr als 1 Meter. Knapp über 1 Meter. Ähm. Wollte einfach keiner von denen an die Loche. Naja, ich hab den... Das war ein Hansel oder? ...wiederbelebt und im Hintergrund stand der... Der Besh schon. Äh... Der Besh schon hat er reingehalten. Na ja gut. Was sollten sie Großes tun? BUUUUUUU. Hört die zu uns, Lee, ne? Nein, nein, nein. Dachte ich mir. Die war nur... Wie sein Name einfach. Abu hat das Game schon verlassen. Das heißt, sie kann nicht mal sehen... Hä? Das war ein Kill? Ja, Lifesaver. Der... Der hat den... Den Soldier gerettet. Irgendwie ja... Und? Er hat da viel Leben gerettet. Ja gut, aber die Folge ist vorbei, Leute. Ja, so oder so. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut auch mal auf Facebook und auf Twitter vorbei. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao, Leute. Ciao.